Also ab jetzt bin ich nur noch Max, okay? OGs nennen mich jetzt nur noch Max. Max zu dem Scorpion. Ist das eine MP da unten? Ich gehe lieber hier für die Shotgun. Spaß, das will ich nicht. Ich gehe für den Tod, oder? Ja! Nein! Nein! Kurz mal hier Zeit verbringen. Okay. Biggie. Die Calls. Die Calls, Freunde. Was geht YouTube? Max zu dem Scorpion. Ist Beck am Start hier für euch. Oh. Immer wenn ich hier rausgehe, bringt es mir eigentlich Unglück. Wow, wie viele schon tot sind. Jetzt war es wieder komplett. Was ist so eine Runde? Da last hiltet man einfach jeden. Das ist so eine Lackrunde einfach. Oh. Da muss ich los. Da muss ich los. Na warte, da oben war, habe ich aber noch ein... Biggie. Wir lernen da jetzt mal draus, Leute. Nicht immer so frei, alles zu machen. Wenn ihr wollt, kann ich euch nochmal die Geschichte erzählen, warum meine Mom mich damals Max genannt hat. Was ist線, Drei. Einmal auf, was ist, ich bin ein Problem. Oh, das ist... Es war zu. Ich bin jetzt noch nie anders. Da will ich mir jetzt den Platz. Oh. Ich bin jetzt mal hier. Dann kann ich das hier. Nächte habe ich auf, was das hier. Wie es ist... Ich habe es dir nicht. Ich nehme euch auf, was, was gibt es. Ganz schön. Ich bin ab... Ich habe es mir nicht. Also, es war damals so, meine Mutter hat einen Klassenkameraden gehabt und der hieß halt Max, aber meine Mama hat sich dann irgendwann dazu entschieden, meinen Vater zu heiraten, aber Max ist ihr immer so ein bisschen in Erinnerung geblieben, einfach als guter Freund und deswegen dachte sie, einen männlichen Max braucht sie in ihrem Leben und da sie mit meinem Vater glücklich war, hat sie sich dann dazu entschlossen, mich Max zu nennen. Also, so war das damals. Habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erzählt, oder? Nice, dass er sich gerade zum Schlürfen hingesetzt hat. Der Achterhild hätte wieder schmerzhaft werden können. Er hat sich sofort hingesetzt sogar, er war sofort ready, den jetzt zu trinken. Habe ich noch fallen? Ja, habe ich. Komm. James Bond Modus. Man weiß ja nie, ob noch jemand das Main Gebäude unter die Lupe nimmt. Wenn ich jetzt von da gesnipet werde, wo ich nicht zugemacht habe, dann war es wirklich komplett. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch loote, was will ich denn noch haben? Ich weiß, dass da die neue Sniper lag, aber ich will sie nicht. Die Heavy Pump wäre das einzige, wo ich noch zuschlagen würde. Es liegt hier so ein, als wäre er so zu krass. Ja, wir sind immer noch in der Zone. Wir gucken jetzt mal, ah, Rift wurde geused. Gucken, wo der Rabauke hingeht. Twenty Bomb ist wahrscheinlich drin, oder? Ich kill einfach alle jetzt. Dazu müsste sich mal irgendjemand nach Tilted verehren. Ich weiß auch, wo meine ganzen Tränke und so sind. Ja, das war es wieder komplett. Da muss ich wahrscheinlich direkt los. Keinen Jump hätte oder so gefunden. Hm. Na, laufen wir mal los. Kommt man hier so hoch? Jawohl. Oh. Hier wird geschossen, Leute. Wen schießt du, Digga? Den Schuss hätte ich mir einfach sparen können. Aber gegen wen hat er gekämpft? Angst, dass hier irgendwo noch einer rumhängt, ne? Aha. Wir sind los, Digga. Ja. 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 Hast du einen Biggie? Man, diese Scheiß Zone ist aber langsam. Aber nicht ultra langsam. Ich könnte jetzt natürlich den Juggie trinken, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Deswegen lasse ich es. Obwohl doch, das würde ich schaffen. Das ist so eine Runde, die macht einfach Spaß. Auch wenn ich jetzt choken würde, die hat einfach Bock gemacht bis hierhin. So was will ich im Stream haben. Ich will die P90s nicht, weil ich die Tommy geiler finde. Genau. Ist alles nachgeladen, ja. So. Kurz mitgenommen, den Kollegen. Danke für seine goldene Ska. Danke für seine goldene Ska. Ja. Ja. Ja, doch. Nehmen wir es mal. So. Boys, wo seid ihr? Hier. Hier ist noch eine Chest. Hier ist noch ein Biggie drin, Digga. Korrekt. Zwei Chests sogar. Biggie. Mann. Noch fünf Gegner. Ich bleib mal kurz hier so. Ich will nicht viel weiter gehen. Hm. Where are you now? Hinter mir vielleicht noch einer? Vielleicht. Hier war einfach absolut alles ungelootet. Sind da hinten welche? Ja, da oben erbaut sich direkt das Schloss. Direkt das richtiges Schloss, Alter. Scheiß auf den Kill-Rekord, Leute. Ich will erstmal versuchen, entspannt zu sein. Erstmal den Win vielleicht holen. Lol. Hm. Der Typ ist da auch einfach runter gesprungen, Digga. Die bauen nicht mal, bei jedem guten Gameplay bauen die nicht, Leute. Das ist wie immer. Es gibt kein geiles Gameplay gegen gute Gegner. Gab's da noch nie in irgendeinem Spiel. Will's auch nie geben. Bisschen spectaten, ob wir hier irgendwas finden. So, wir gehen mal nach da hinten einfach. Scheiß drauf. Wobei wir wissen auch, dass da oben noch einer ist. Hier noch ein... Warte, den Biggie. Wow, Digga, du scheiß Pro-Gamer. Boah, das war der schlechteste Spiel der Welt. Das war der schlechteste, gegen den ich jemals gespielt habe. Ich sag auch nichts anderes, Leute. Das war der schlechteste Spiel, gegen den ich je gespielt habe. Aber ich habe ihm trotzdem den Jagdgewehrschuss gegeben. Muss man natürlich... Oh oh. Let's fucking go, Mann!